Ja, 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 ja. Ja, ja, schneiden ist klar. Du nicht, du nicht. Das gehört dann. Auf nach links. To the links. Ah, lalala. Ja, ja. Wien ist klar, zwei, drei, vier. Oh, das ist klar. Oh, das ist klar. Oh. 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 Nein, das ist die Truhe, da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht wirklich weiter. Klopp. Ach, weißt du was? Ich hab noch all die Gift. Okay. Ja, wo wir hingehen brauchen wir ja keine Anti-Gift. Dafür haben wir jetzt Bögen mit Gift. Immer diese Ausdauer. Ja. 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 ich weiß abgesehen von dem steck eisen war das das erst das erste was ich getan habe also dahin gegangen bin er ist die spitze ausrufen dann aufs eisenheit sollen die idee sein ausprobieren das ist eher die semi-effizient den knochen den kannst du behalten pilzer war auch durch 50 dann immer das rechte die es hier was hat der eisige schleim steiniger eisen schrott getan dass die ständig box das hat er getan dass wir ihn abbaus da hat ein traurig versteckt doch noch ein episch ende aber mit eisen dran dann Okay. Dann gehen wir mal zum epischen Ende. Der 90-70 hat das Geschick gemacht, ne? Schön sein Stream ausgemacht und Zweck geschickt. Eigentlich zu Hause, das wirft sich ein. Und gleich kommen wir wieder zurück und der Med ist alle. Welcher Med? Genau das. So, wenn hier hinter ein episches Ende ist, dann reicht die Spitzhacke von mir vielleicht sogar noch. Meine ist gerade kaputt. Okay, dann wird es nicht reichen. Ich hatte gehofft, du hast auch noch ein bisschen was. Nein, meine ist gerade gebrochen. Er hatte noch nie was. Aber er hatte eben zumindest eine Spitzhacke dabei. Ein bösartig, sarkastischer Meckerotter. So kennen wir ihn. Juhu. So wurde ich gecastet. Ja. Germany's next Topotter? Ne. Germany's next Meckerotter. Ah, okay. So, das war jetzt meine Spitzhacke. Und das war's auch mit dem... ...bitte Kriptak. Ich hab mich voll geladen. Ja, hier liegt noch ein bisschen Eisenschrott. Also tatsächlich liegt hier noch ein bisschen rum. Und einmal kann man noch mit der Spitzhacke draufhauen. Ja, dann holen wir das einfach das nächste Mal. Also, wir sagen, leer machen. Ja, leer machen, reparieren, wiederkommen. Dichtig. Was lassen wir hier liegen? Das hier, das hier, auch das war kein Gewicht, das hier liegen, das hier liegen, das braucht er gerade auch nicht, das bleibt hier, das da bleibt hier, und auch den Kopf schütte ich auch nicht da lassen. So, noch schönes Gebild. Äh, willst du nicht noch Eis mitnehmen? Äh, ich bin jetzt voll. Okay, ich muss mal überladen. Ja. Achso, okay. Ich hab jetzt, äh, mich so lange ausgeleert, dass ich nicht mehr überladen bin, weil... Achso. Okay. Oh nein, andere Richtung. Ja, funktioniert. Undeutig. Oh, dies geht. Oh, und da können wir noch ein bisschen Schleim mitnehmen. Mhm. Wenn wir jetzt zwar nicht mehr brauchen, außer wenn wir grüne Banner unbedingt haben. Naja. Was wir haben, das haben wir. Dann können wir uns direkt mal beschweren, dass unser Lagerhaus zu klein ist. Wie weit ist denn das Lagerhaus mittlerweile? Bist du schon fertig? Keine Ahnung, ich hab mit. Oh, das erklärt's. Also ist doch noch welcher da. Äh, Entschuldigung, ich hatte mit. Wir müssen halt jetzt nur noch aufschneiden, dann kriegen wir ihn auch. Oha. Da rennst du durch den... ...Sumpf und... ...siehst du in der Ferne oder dieses Banner? ...I have arrived. Ja, ja, wo, 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 wo du mich auf? Oh, ich hab schon schwimmen 14 geschafft. Unglaublich. Oh, ich schritte. Und... Ich hab nur noch fix die Gang vom Portal vertrieben. Nicht, dass die das klein hauen wollen. Ist ja auch frech. Ja. Auch der Schreiter nach Bett, der ist ja selber noch nicht mehr da. Ich kann nicht die ganze Zeit im Bett liegen, wenn ihr nicht da seid. Kannst du um diese Zeit nicht schlafen. Dann hat sich das auch erledigt. Verdammt. Ja gut. Sehen wir das so, dann wird es jetzt lustig. Dabei haben wir uns jetzt extra beeilt. Dann kann ich ja wieder reinkommen. Ja, offensichtlich. So. Ein Stellenschwanz to go. Das ist ja so, dann wird es 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 ja so. Mit dem Schlangenschild sieht man auch ein bisschen aus wie so ein schwuler Linja-Türtel. Ja, das könnte schlimmer sein. Ja, klar. Das war nur so eine Festschule. Auch gar nicht wertend. Ich glaube, ich nehme meinen Heidrack. Ach was. Kaum ist die Nacht vorbei, schon ist dieser Such wieder voll mit Viechzeug. Die brauchen hier mal einen vernünftigen Kammerjäger. Aber wir haben die nicht mal Kammer. Die haben Kryptos. Das sind quasi Kammer. Aber sind wir nicht quasi die Kammerjäger? Nee, dann würden wir das Viechzeug endgültig raushalten und die gesprünglichen Bewohner hätten dann Spaß. Naja, die Kammern sind ja dann frei. Stimmt. Vor allen Dingen frei von Eisen. Mhm. Aber zum Glück nicht frei von gelben Pilzen. Nö. Davon haben wir ja genug. Nö, nö. Das rot genug kenne ich nicht. Ja, das war der eine Schlag. Okay. Dann noch schnell die Kiste erluten. Hab ich schon. Oh, perfekt. Ja, dann. Oh. Das war's.